Wenn ihr dann mit Mottkut an der Lechter folgt, das ist die wahre Hülle auf Erden. So, äh, nun gucken wir mal weiter am Radio zu aus. Der Anführer der Rebellen hat uns angewiesen zuzuhören, davor zu warnen, die Front zu überqueren, die Nicht-Einhaltung dieser Anweisung könnte tödlich ändern. Leucht krank. Katja ist licht krank. Also die Gesichter generiert. Und da das ganz schwer zu verlieren ist, da war ich kein Mittelfall hin. Aber du steht leucht krank, generiert. Bei Katja du. Äh, wie war es, hat licht krank? Das ist so klar, du hast gewirrt. Okay, Diana ist noch am Tag. Das ging so, wir gehen dann bei dir. Die Nacht. So, den Marco, den Helmer Wolle, für zu plündern. Ja, kann er dann am Bett schlufen, Katja. Äh, den Anton, den schläfst am Bett. Und den Roman, den Heidwache. Ja, den ehleren Herr, den... ...loss mal schlufen. So, wo gehen wir dann hin? Verlassenes Haus. Ja, komm, ich bin ein verlassenes Haus. Hopp. Alles. Äh, ich dachte, du hör mal vielleicht mal. So. Also, gehen wir plündern. So, ich bin gespannt. Ich hoffe, Michael, keine Komplikationen. Ähm. Keine den Oberscheid. Keine den Ersemblinger. Die Gründer müssen es eilig gehabt haben. Hier sind immer noch eine Menge Sachen. Dann. Ich hab im Moment alles Mod. Ich probiere eine Nitzelabwürfel, das ist Comedy. Ich hab' mir mal frei genug gesehen. Ne, ne, ne. Äh, die Spielsache brauchen wir nicht. Wie möglich kommt. Ich kann ihn noch mal einen Kunstbildern. Aber, das find ich ganz gut, was wir nicht gemacht haben. Weil das so streng ist. Dafür gehören wir mal die Patsi-Lummer im Reis. Brauchen wir nicht. So. Pistolen, Patronen, und dann alles, was man so können bauen, viel zu posteln. Alles, was man so können, viel zu bauen, viel zu posteln. Okay. Geht mich verstanden. Ganze Kürbholz. Ganze Kürbholz. Wann mal, bis der erste ging, fand ich das perfekt. Okay, ja. May können wir da nur nicht. Äh. Ja. Schöner so. Aber es ist jetzt eben aber auch so gut. Raus dann. Scheiße. Hm. Aber was los mal hier? Ah, komm, Patronen. Die los mal hier. Guck mal, mal Kaffee. Ah. Ja, komm. Das du warst noch für das nöt. Guck, das ist noch was da rüber nach. Du, wo du zu rot gelenkst. Piers. Loh. Du auch sehen. Ja, wie gesagt. Da gibt's Sachen. Da gibt's vier. Da gibt's definitiv vier. Äh. Ja, okay. Das darf man oder das. Ja, okay. Ich hab mir auch noch mal zuerst noch geholt. Und wie gesagt, so Wellen und dann schlafen und dann ist das nicht mehr. So, Macho ist zurück. Ja. Die erste Schnitt hat man dann nie verlief. Kann ganz gut sein, dass man keine Stiere bei Plüten darüber will, weil die immer noch Waffen hängt. Oder Messer oder so Sachen. Dann. Tag zwei. So, los sind natürlich mit. Aber für zuerst sind immer nur ein Schmottbrett. Und das haben wir unbedingt gebrauchen. Ein Kachmaschinen. So, kann man da abbauen. Ah, das ist... Ja. Naja. Oh, wir machen Holz. Für das muss man ja können. Und dann dürfen wir mal. Ja. 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 Das war heute so guck mal. Ganz interessant. Dann berzt Ktoll. Ah, einfaches Heizgerät und der Radio. Wir sind alle gut und hungrig, alle gut, okay, mehr genug. Ich habe ein kleines Dessen. Ich habe ein kleines Dessen. Ich weiß, dass Schirin ab das kleine Gesichter geht, aber die Gesichter haben, dass das nicht so ganz einfach sein kann. Die erste Gezehrfucht An viel heller wird das noch nicht Das steht immer noch immer noch hungrig Also der Teig wird selbst nicht wirklich nicht viel So, wir können Ja, Marco kann schlafen Guck mal, wann am Radius Der Anführer der Rebellin hat uns angewiesen unsere Zuhörer davon zu warnen Die Fremde, ach ja, das ist nochmal nicht selbisch Äh, da gucken wir mal, ob wir das mal Wissen enttümpeln haben Und das mit sich les Ja, es dauert zu lange, aber ohne eine Schaufel Ja, da ist Da ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Da haben wir das Eier Im End focuses Das Die Spannungsgericht Zuerk Oh, da ist wenn man das hier verliert werden wenn man das gleich remove es wenigstens ist das warm da das ja das gut ich kann jetzt mal alles mit jana suchen genug geschlafen okay dann Marco hast nämlich mit ich kann schlafen gut das ist noch mal krank anhungrig noch wo mein Bluff schlafen mein Magen knurrt es gibt in dem Führer nicht mehr was man abholzen könnte also hat das Interesse verloren ok ich will es nicht etwas schlauers machen wenn wir die beste Loop machen also die dir die andere gerade geht Ja, der Tag hat, wie Minecraft zeitweise ein bisschen langweilig sind, entschuldige ich mich dann dafür, aber das ist eben nicht so, dass ich ganz viel Action habe. Mehr für die Leute, die dich passt oder nicht, aber im Spielhund, die begreißen dich dann aber nachher, und Leute, die dann einfach gucken, sind immer willkommen. Früher, ich muss wieder nachher, da drüben, und Leute gucken, die Nacht. So, ja, wir holen am besten den Marco, jetzt zu plündern, das ist mal nicht. Ja, ich kann aber halt mal, ich kann halt wachen, und ich geht schlafen, und halt geht, schlafen. Wer möchte wachen? Anheben, okay. So, wo gehen wir da hin? Geh mal eigentlich da hin, oder gehen wir an Talstadt? Oder Doppelhaus? Komm, wir gehen an Doppelhaus. Was, hier, was wir noch festlegen sind? Und wird angehört. Und wird angehört. Und wird nachher machen. Fadenkreuz angreifen. Aha. Krieg ist kein Kinderspielen. Manchmal wirst du gezwungen sein zu kämpfen. Du könntest auf Leute treffen, die dir feindlich gesinnt sind. Vergiss nicht, dass du nicht wehrlos bist. Musst du mir gleich kämpfen? Was will er von uns? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich fiefe sobald er ihn sieht. Oh. Die DOS sind aber bald gefallen nicht, Frank. Lösch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht nur bei mir. Wie sicher ist es funktioniert. Wie wird es? Also, hier ist es die Doppelhaus. Ich vermische Böden. Ich war doch das Kinderspielen. Ich versuchte sie nicht. Niemals die Doppelhaus. Ich bin dann nicht mehr, die Doppelhaus. Die Doppelhaus war das, die Doppelhaus. Shuffle Camp Locaine